Was ist das Aufsteigen von Magensäure in die Speiseröhre? Unter Refluxerkrankungen versteht man das Aufsteigen von Magensäure in die Speiseröhre, weil der obere Verschlussmechanismus des Magens nicht mehr richtig funktioniert. Dadurch kommt es zu einem Brennen in der Speiseröhre, was von den Patienten eben als Sodbrennen empfunden wird. Natürlich ist es sehr unangenehm für die Patienten, weil nach jedem Essen praktisch diese brennenden Erscheinungen hinter dem Brustbein auftreten. Es kann zu Verengungen in der Speiseröhre führen bei längerem Verlauf der Entzündung. Es können auch in seltenen Fällen Tumoren auftreten, die auch durchaus nicht gutartig sein können. Und es kann auch zu Lungenproblemen kommen, wenn die Magensäure praktisch auch in die Lunge läuft, zum Beispiel nachts. Sodbrennen wird zunächst einmal konservativ behandelt. Das bedeutet, dass Medikamente eingenommen werden, die die Magensäure binden und so die Speiseröhre wieder zur Abheilung bringen sollen. Wenn diese Maßnahme langfristig nicht zu einem Erfolg führt, bestehen verschiedene chirurgische Behandlungsmöglichkeiten, um den oberen Magenverschlussmechanismus zu rekonstruieren. Diese Techniken werden weit überwiegend laparoskopisch ausgeführt, also minimalinvasiv oder in Schlüssellochtechnologie. Drei. 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 Drei.